Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu ist ein Gemeindeverwaltungsverband im westlichen Zabergäu im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Er wurde nach Abschluss der baden-württembergischen Kreis- und Gemeinderreform zum 1. Januar 1975 gegründet. Mitglieder des Verbandes sind die Stadt Gücklingen und die Zaber aufwärts gelegenen Gemeinden Pfaffenhofen und Zaberfeld. Der Sitz des Verbandes ist Gücklingen. Der Gemeindeverwaltungsverband übernimmt für die Mitgliedsgemeinden zahlreiche Aufgaben, entweder in deren Namen für die Mitgliedsgemeinden oder in eigener Zuständigkeit anstelle der Mitgliedsgemeinden. So ist er beispielsweise Träger der Nachbarschaftshauptschule mit Werkrealschule in Gücklingen. Weitere Aufgaben sind unter anderem Bauleitplanung, Abwasserreinigung, Naherholung und Archivwesen. Hauptorgan des Verbandes ist die Verbandsversammlung. Die drei Mitgliedsgemeinden entsenden ihre Bürgermeister in die Versammlung sowie je angefangene 1.000 Einwohner einen weiteren Vertreter, sodass die Versammlung derzeit insgesamt 17 Mitglieder hat, neben den drei Bürgermeistern 14 weitere Mitglieder, die von den jeweiligen Gemeinderäten aus ihrer Mitte gewählt werden. Weiteres Organ des Gemeindeverwaltungsverbandes ist der Verbandsvorsitzende, derzeit der Gücklinger Bürgermeister, Klaus Dieterich. Untertitelung des Gemeindeverwaltungsverbandes ist der Verbandsvorsitzende, Klaus Dieterich.